Jo, herzlich willkommen beim Let's Play von Master Levels for Doom 2. Wir spielen Paradox, Session 8 laut der PSN-Reihenfolge. Die geht gut ab. Ich hab sie noch nicht geschafft, wie ihr seht. Und das ist jetzt mein dritter Run. Fuck. Ich versag schon wieder. Man muss hier nämlich auch ein bisschen aufpassen. Boah, das knappt. Boah, habt ihr das gesehen? Genau zwischendurch. Komm, lass mich hoch. Bitte. Schnell. Mann, Mann, Mann. Boah, da hinten. Habe ich ganz vergessen. So, jetzt können wir erstmal noch ein paar Räden ausschalten. So ein bisschen. Okay. Okay. Wo sind wir? Da hinten ist noch keiner. Na, komm. Was ist er denn? Haben wir ihn? Na, war der gerade da? Geh mal davon aus, dass er nichts mehr da ist. Ist ja auch wieder so ein Fettsack. Ich sag, da kommt noch so ein Fettsack. Passt mal auf. Irgendwo ist da noch einer. Weiß noch nicht mehr genau wo. Ey, ey, ey. Ey, da haben wir gleich richtig böse beschossen hier. Wir nutzen hier gleich mal ihre Stellung oben aus. So. Es gibt hier noch einen Fettsack. Dann muss der hier jetzt sein. Nehmen wir die da. Oh, der sieht. Obwohl wir ihn unterbeschossen nehmen. Er wird langsamer. Ja, wir haben ihn. Okay. Den haben wir auch. Boah, der steht im Fettsack. Was ist das? Boah, der steht im Fettsack. Boah, der steht im Fettsack. Überall, man wird einfach von jeder verdammten Seite beschossen. Immer noch welche. Nein. Na, tschöne, ey. Noch einer. Haben wir es bald. Ist ja Wahnsinn. Okay. Sieht alles recht ruhig aus. Mal da. Was klort hier denn? Was ist denn das Schwarze hier? Ist da noch eine Tür? Hm. Wo liegt das denn? Wir hatten hier auf jeden Fall noch was rumliegen. Da hinten. Hier. Es gab aber noch mehr. Hier. Na ja, ich hole. Ich hole mir euch alle. Nur Geduld. Wo war das denn jetzt? Ja doch hier irgendwo. Boah, wie groß ist die Map? Fuck. Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Okay. So. Was gibt's da draußen? Augenscheinlich erst hier rechts. Was? Wieso? Irgendwas stimmt doch da! Oh, was? Oh, was? Boah, fucken Leute! Fjell! Wir müssen zurück, brauchen Health. Boah, war das knapp! Boah, war das knapp! Das sind ja immer noch welche. Aber ich will mir lieber erst mal Herz holen. Vielleicht überleben wir das ja. Kann ja sein. Wäre krass, aber kann ja sein. Ich glaube, das waren alle. Jetzt haben wir die gelbe Keycard. Okay. Äh, wo war die gelbe Tür? Die war doch auch hier oben irgendwo, oder? Da. Ey, was da wieder drin ist? 100 pro Raketenwerfermäßig brauchen wir was. Haben wir auch. Wir übernehmen aber erst mal das. Ja. Damit. Okay. Ja, okay. Ist übel, aber ist nicht unschaffbar. Äh, gut. Ist nichts. Dacht schon hinter uns. Boah! Okay. Jetzt kommen wir auch. Ja. WTF? WTF? Hm. Ah. Okay. Ja, brauch ich nicht. Hm. Ist auch ganz nett hier oben, aber... WTF? Ich wollte eigentlich weiterkommen. Ah, wartet mal. Vielleicht sind es verschiedene Teleporter. Nee. Okay. Oh. Oh. Doch, das waren verschieden. Das war's. Okay, jetzt haben wir blau. Hm. 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 Ist der einfach verbrünn, oder? Hm. 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 Was erwartet uns da noch? Ach ja, hier waren wir. Okay. Links und Mitte haben wir. Hm. rechts haben wir noch etwas probiert. Oder doch. Nee. Boah, 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 Leute. Boah, 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 Leute. Krass. Ja, und das war schon alles. Jetzt haben wir alle Kickers. Hm. Also ganz unten hier gab es ja das Exit. Da hinten irgendwo. Sonst gab es hier gar nichts mehr. Was wir mit unseren tollen Keycards anstellen können, glaube ich. Machen wir auf. Hm. Jo. Boah. Das... Der hättest uns jetzt noch versaut, ne? Oh Gott. Ich ahne Schreckliches. Ey, die wollen mich doch verarschen, oder? Wie gemein. Das ist schon Exit. Ja, genau. Ich vertraue euch nicht mehr. Läuft da unten noch einer nehmen. Okay, Leute. Wir schauen mal, ob das das Exit ist. Cool gemacht. Ja, das ist Exit. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Unten links wieder der Link zum letzten Video und rechts der zum nächsten. Und wir sehen uns dann in Mission 9. Bis dahin. Tschüss.